Hi, das ist mein dritter Kanal. Hi, ich bin Mon Simon und ihr kennt mich aus anderem Kram. Und das ist mein Gaming-Kanal, also mein Let's Play-Kanal, deswegen heißt der auch so, in dem ich hauptsächlich alle Let's Plays raushaue, die ich so mache, während ich streame unter mon-official auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Hi, so hustig, das ist nur eine von vielen lustigen Gags, die ihr verpasst, wenn ihr nicht meinen Let's Play-Kanal abonniert. Und ich sage es noch einmal, ich bin auch gleich weg, dann könnt ihr irgendwas anderes gucken, aber dieser Let's Play-Kanal und auch mein anderer Kanal, Mon Talk, auf dem ich reakte und natürlich der Hauptkanal Mon, die sind mir alle ganz wichtig. Und ihr könnt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr die ab und zu gerne mal guckt, Adblocker einfach ausmachen. Na gut, das hat sich jetzt wahrscheinlich erledigt, aber trotzdem, die Geste an sich ist schon schön. Was ich sagen will ist, wir alle profitieren davon, die drei Kanäle und ich, wir vier profitieren davon, wenn ihr die Sachen abonniert, wenn ihr die Videos kommentiert und auch gerne, ich sage immer sieben Wörter, weil mir das mal gesagt wurde, keine Ahnung, ich gebe das aber nur weiter, vielleicht sind es auch acht, vielleicht sagen sie irgendwann noch, ne, bei Mon Official zählen aber zwölf, ich weiß es nicht. Aber gemeint ist, dass man wirklich was schreibt und nicht nur irgendwie erster. Das ist nett, cool, lustig, ist auch memebar, aber eben bringt uns nichts als Ganzes. Ja und viel mehr ist eigentlich nicht, ne. Habt Spaß, liked den Kram, wie gesagt, unterstützt mich. Und ab jetzt, um es einmal nochmal gesagt zu haben, damit nicht gesagt wird am Ende, das war zu kryptisch formuliert. Mon ist mein Hauptkanal, auf dem kommen Experimente, nenne ich es mal. Aber ich weiß offengesagt am Ende auch nicht, was wir da genau machen. Aber ich überlege mir Sachen, große Sachen, kleine Sachen, schöne Sachen, Sachen, die ich mache, Sachen, die nichts mit, zwingend mit Gaming zu tun haben, aber vielleicht auch Gaming-Sachen. Aber auf jeden Fall mache ich die dann da und es wird kein Let's Play sein. Und Let's Plays gibt es auf dem Let's Play-Kanal und Reactions gibt es auf dem Montauk-Kanal. Eine letzte Frage noch vielleicht, die der eine oder andere hat. Warum Montauk und dann manchmal, denn das wird kommen, ebenso wie bei Let's Play, warum manchmal vielleicht auch Sachen, die talkig sind, irgendwie auf dem Hauptkanal? Ganz einfach, weil zum einen ist wirklich der eine Kanal wirklich nur für Reactions gedacht und dann kommen dann natürlich automatisch auch Sachen rein, die irgendwo im Stream passieren, wo man irgendwie labert. Aber ich will mich einfach nicht, ich will den Hauptkanal so gut wie möglich entschlacken. Ich will aber mir nicht die Möglichkeit nehmen, coole Sachen zu bearbeiten, die irgendwie schöner zu machen. Also wer es vielleicht kennt und das ist jetzt auch für das Gaming mein letztes Beispiel und ich glaube mein erstes, aber dass man DayZ, das habe ich damals gespielt und ich habe das gespielt und habe es kommentiert. Aber nicht währenddessen, sondern später rückblickend. Damals war das jetzt alles noch nicht so krass normal wie heute. Und irgendwie war das cool, das zu machen. Es hatte Spaß gemacht, so retrospektiv nochmal drüber zu kommentieren. Und das haben damals auch alle gut gefunden. Das Video gibt es auch irgendwie noch. Und sowas würde ich zum Beispiel gerne machen. Das ist aber kein Let's Play, weil ich das im Nachhinein verändere. Und da fängt schon an. Wo gehört das dann hin? Sowas gehört natürlich dann auf den Hauptkanal. Und dann denke ich mir aber auch was aus. Ich mache das dann nicht einfach random, sondern wenn ich sage, ey, das ist ein cooles Video, das passt eher da, das ist geschnitten, das hat diesen Kram, dann gehört das da rein. Let's Plays gehören dann eben, und das ist ja eigentlich die klarste Definition einer Rubrik. Let's Plays ist ja klar, was man da macht. Du hast ein kleines Fenster, du spielst ein Spiel ohne Großschnitte, Uncut, wie auch immer. Und dann hast du eben den Montauk-Kanal, das ist der, ja, ich will nicht sagen dritte im Bunde, weil eben war es der zweite. Es wechselt hinher, die Wichtigkeit. Nee, aber es ist wirklich so wahr. Da sollen die Reacts, die ich mehr machen will, drauf, da sollen dann auch mal kleinere Talk-Videos, die so entstehen, drauf, die aber jetzt keinen Highlight-Faktor haben oder die ich eben nicht bearbeitet habe. Also unbearbeitete Sachen kommen dann auch da. Wenn ich aber irgendwas habe, wo ich sage, das ist ein geiles Thema, hier ist ein Ausschnitt und dann rede ich nochmal drüber oder mach was draus oder mach da Minimatzen rein, also kleine Schnipsel, Animationen, was auch immer. Das wäre dann wiederum so der Hauptkanal. Mein Gott, ich glaube, ich habe es gerade komplizierter gemacht, als es sein muss. Plus, das ist ja auch eigentlich nur ein Video für den Gaming-Kanal. Aber alle, die da drauf kommen und jetzt so lange weitergeguckt haben, die wollen wahrscheinlich einfach nur wissen, was Sache ist. Und deswegen mache ich das hier, das einmal kurz zu erklären, weil ich auch merke, nicht nur formt sich das alles im Laufe der Tage, Wochen, dann auch für mich, was genau ich eigentlich machen will mit den Kanälen. Aber es ist halt ziemlich cool, die Möglichkeit zu haben. Viele haben gesagt, mach doch einfach. Und viele haben gesagt, mach dir nicht so einen Kopf. Und viele haben auch das vielleicht ein bisschen missverstanden und gedeutet, dass ich in irgendeiner Form leer bin oder ausgebrannt oder keinen Bock habe oder müde bin. Nee, überhaupt nicht. Also auch müde der Arbeit oder so oder der Let's Plays. Überhaupt nicht. Heute war dieses, gestern fing es an, dieses Steam Next Fest, was, wenn ihr dieses Ding in einem halben Jahr guckt, total irrelevant ist. Aber das ist ja jedes Jahr. Und dann gibt es immer eine Zillion Demos und ich saß wirklich nur so da. Ich bin hier bei den Rocket Beans gerade, habe ein super Netz. Ticke, 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 alles so runtergeladen, runtergeladen, 60 Downloads, völlig wahnsinnig. Und will die unbedingt spielen, also irgendwie nochmal anspielen. Und ja, was ich damit sagen will, ich habe natürlich weiterhin Bock auf zocken und ich werde Sachen weiterhin anzocken. Aber ich kann nicht immer auf diesem Hauptkanal, ist es irgendwie so, dass da auch das, ich würde am liebsten alles draufpacken, aber, also alles, was ich mache, aber das ist zu viel und das ist dann auch nicht relevant und es viel besser ist, in diese kleinen Kuchenteile aufzuteilen, wie wir es ja auch bei Rocket Beans machen, wie es ja jeder Kanal macht. Auch wenn das bedeutet, man muss irgendwie immer wieder auch ein bisschen bei Null anfangen, sondern in diesem Fall will ich es früh genug machen, weil ich sehe, dass es sonst immer irgendwie so komische Überlegungen ist, was wohin. Und deswegen ist es jetzt für mich auch Let's Play, React, sage ich primär und Talk. So React und Talk mit Minimum. Und dann hast du halt doch hier den Mon-Kanal, wo ich eher so Experimente mache, wo ich jetzt auch nicht, jetzt habe ich neun Tage, mein Gott, Panik, neun Tage, kein Release. Ich bin ja finanziell zum Glück auch nicht darauf angewiesen. Insofern, ich will aber trotzdem coolen Shit machen. Also ich will, dass es gerne weiterläuft, wie bisher mit Gaming, alles so, kann gerne weiterlaufen, ohne dass man jetzt die ganze Zeit jedes Spiel durchspielen muss oder so. Ich will die Spiele zu Ende spielen, die ich angefangen habe bisher, die auch noch erwünscht sind. Könnt ihr auch gerne kommentieren. Speziell hier drunter, welche Reihen ihr wirklich noch fortgesetzt haben wollt. Weil ich weiß auf jeden Fall, das sind einige und mir selbst sind ein paar wichtig, aber ich würde euch zuliebe natürlich auch andere machen. Und ich offen gesagt, habe ich auch Bock, Tomb Raider irgendwie zu Ende zu spielen. Alle, alle. Die drei meine ich natürlich nur. Weil ich damit sagen will, dass das halt schon der Trieb ist da, aber gleichzeitig kam ich zurück aus dem Urlaub. Es sind 10 Millionen Spiele neu da. Alles ist irgendwie so überwältigend. Auf eine gute, positive Art. Aber ich habe auch gleichzeitig eben ja im Moment so ein bisschen andere Hobbys entdeckt. Will das alles irgendwie unter einen Hut bringen. Schreibe mehr. Merke auch, ich habe weniger Probleme damit. Einfach mal schnell irgendwelche Sachen runterzuschreiben, die wir vielleicht dann in einem Video benutzen könnten, einen Offtext zu schreiben oder irgendwas. Ich muss ja auch ständig was für Insta machen, wo ich dann irgendwie einen neuen Offtext drüber spreche. Merke dann irgendwie, ja, eigentlich ist das oft ganz lustig. Habe einfach Bock an simplen, einfachen, für mich als Ein-Mann-Projekt funktionierenden Editing-Komponenten, Möglichkeiten, was auch immer. Einfach den Videos, die das unterstützen. Ich hoffe, das erklärt es. Ich bin da halt natürlich auch so mega verkopft, weil ich auch schon so in den Medien schon so lange bin. Und dann ist man irgendwann einfach so zerballert, dass man auch zum Beispiel neue Sachen, die man machen will, denkt man immer, ja, okay, die hat schon einer gemacht. Und wenn ich suche, dann finde ich eh schon jemanden, der das schon mal gemacht hat. Und dann irgendwann lernt man, okay, eigentlich ist es egal. Nee, man muss einfach Sachen machen, wenn man irgendwie Bock drauf hat. Egal, ob das eine gute Idee von jemand anderem ist, die man einfach etabliert bei sich selbst, in seinem Kosmos. Sowas wie Game-Fights, Film-Fights. Heißt es Whatever-Fights? Nein, das heißt anders. Alles mögliche Fights, genau. Also als Beispiel, so ein Fight-Format. Die Basis war ja auch irgendein Fight-Format im Netz, irgendwas, was von der Idee so ähnlich ist. Aber es wird ja zu dem geilen Ding, was es dann ist, mit all seinen Varianten, durch die Leute und durch die Ideen der Leute, die das als Redakteure machen, drumherum innen auch viele und so. Also es ist, ja, natürlich, weil ich meine, man kann auch Sachen machen, nur auch weil sie schon jemand anders gemacht hat. Das ist völlig in Ordnung. Das hat mich bisher immer so ein bisschen gehindert. Man muss einfach mal lieber was machen, als jetzt irgendwie ewig drauf rumdenken. Dieses vom TV kommende Professionalisieren von allem, dieses Abwarten, dass jemand das noch abnickt. Diese Geschichten will ich auch irgendwie, brauche ich nicht mehr. und er habe ich noch lange als Hürde gehabt. Dann dieses sich suhlen können in so vielen Spielen, die alle Bock machen, die man alle spielen könnte. Auch immer dieses Rücklehnen können auf die Möglichkeit, na ja, eigentlich könnte man immer einfach nur Hardcore-Horrorspiele machen, die ganze Zeit als einziges Thema auf dem Hauptkanal, nichts anderes mehr. Ich bin der Horror-Typ. Hi, ich bin der Horror-Typ. Hier sind noch Top 5 Horrorfilme. Hier sind Top 5. Die heutige Top 3 Horror-Spiele-Geschichten. Hier ist nochmal ein Neuspiel. Fünf Spiele, die wie Amnesia sind. Space Horror ist wieder da. Was sind die Top 5? Ich habe den Shit ja wirklich mit ... Fuck. Mit 20 habe ich mir diese Top-Listen ja zum Teil ausdenken müssen und so. Also ich meine aber nur, es ist alles nicht so schwer. Gerade weil es so einfach ist, ist es nicht so schwer. Klingt total logisch. Wie ihr seht, bin ich offensichtlich Autor und kenne mich sehr gut aus mit Off-Texten und Schreiben. Nee, ernsthaft. Ich habe jetzt, und damit komme ich wirklich zum Punkt, ist ein bisschen lang geworden und ein bisschen konfus, aber ganz im Ernst, haben beim letzten Mal auch ein, zwei Leute gesagt, was willst du überhaupt? Und dann habe ich die gelöscht, weil ich mir gedacht habe, ich weiß es auch nicht, Mann. Aber hör doch auf, das jetzt zu sagen. Hör doch einfach auf, das jetzt zu sagen. Aber ich hätte es natürlich auch viel besser erklären können. Insofern, sorry. Ja, ist jetzt ein bisschen spät, ne? So, konfus, wir drehen das zurück. Wo wollte ich hin? Fuck, ich habe wirklich vergessen. Nee, mir fällt es wieder ein. Wir waren bei der Dreifaltigkeit meines Kanals, so werde ich es wahrscheinlich in Zukunft einfach nennen. Und genau, bei Konzepten, die ich gerne umsetzen würde und den verschiedenen Punkten, warum ich irgendwie so keine Hürden, mehr sehe, weil, ne? Wie gesagt, wir packen jetzt den Kram weg von dem Hauptkanal. Die Aufmerksamkeit ist weg zum einen von dem Hauptkanal. Aber wenn dann was kommt, hat das eine gewisse Aufmerksamkeit. Es funktioniert auch ganz gut mit dem YouTube-Algo. Wenn man wirklich, sag ich mal, in regelmäßigen, aber von mir aus so, was einmal die Woche einfach was abliefert, da bin ich jetzt schon ein bisschen hinten dran. Aber im Moment, wie gesagt, habe ich andere Probleme auch. Also positive Probleme, einfach andere Stressfaktoren wie meine Geschichten, meine Bücher und so. Denn die Sachen, die ich machen will nebenbei, meine Hobbys, die ich neu für mich entdeckt habe. Und das erklärt auch schon viel, weil ich eben durch das Schreiben gelernt habe, ich habe schon immer viel geschrieben, aber jetzt ist mir alles so egal, komm, setz mich hin, gib mir ein Thema, ja, ich schreibe dir irgendwas dazu. Und ich schreibe es dann auch wieder um und nochmal um. Man romantisiert das so am Anfang seines Lebens als Redakteur zu schreiben und alles und irgendwelche Ideen sich auszudenken. Aber man hängt dann so fest an einer Idee und hat die schon visualisiert und will das Bild nicht loslassen. Aber eigentlich ist es so, ach, fuck it, okay, dann schreibe ich es um. Was soll ich noch? Also so wie man es eigentlich als Auftragsarbeit, als Redakteur für jemanden macht, meistens, wenn er das will. Und ich mache es in dem Fall für mich. Für mich selbst. und bin dann so, ja, komm, mach es nochmal. Und deswegen mal gucken, was ich so an Ideen jetzt irgendwie finde. Ich habe gemerkt, dass durch das Schreiben, wenn ich dann, ich korrigiere gerade mein Buch, was im Oktober rauskommt, und das alleine, da habe ich ja auch schon was vorbereitet für, das ist ja ein richtiges Videoprojekt, wird gerade geschnitten. Also ich bereite schon große Videos vor, die anders sind, die auf diesem Kanal untergehen würden sonst, auf dem Hauptkanal. Und ihr seht schon, ich drehe so die ganzen Kanäle immer durch. Aber why not? Why does not einfach mal so erklären? Oh Mann, warum kann ich denn kein Deutsch? Wahrscheinlich muss ich dieses Video jetzt auch wieder auf dem Hauptkanal, einfach nur, weil ich so viel schon wieder dumm gelabert habe und alle Kanäle durcheinander gebracht habe. Eigentlich sollte das ein kurzes, drei Minuten Hallo-Video, das kann ich ja immer noch aufnehmen, für den Kanal werden. Jetzt ist es irgendwie so ein, völlige Verwirrung Teil 2 Video geworden. Aber ich finde, ich habe den Punkt vielleicht noch mal ein bisschen näher beschrieben und auch, was ich mit den Kanälen vorhabe. Ihr sagt jetzt auch natürlich, mein Gott, ihr seid Kinder des Internets. Ihr seid im YouTube-Algorithmus aufgewachsen. Der Kommentarbereich war eure Wiege, in der ihr gelernt habt zu kommunizieren, was viel erklärt. Aber nein, ihr seid natürlich so alt wie ich, aber ich stelle mir manchmal vor, ihr seid die bestmögliche Zielgruppe und die ist halt jung, nicht so wie ihr und ich. Wo war ich jetzt? Die Beleidigungen haben wir auch abgehackt. Das ist auch sehr, sehr gut. Immer, wenn man irgendwas fordert, so abonniert mal, auch ein bisschen beleidigen. Das kann eigentlich, das kann nur helfen, das setzt so ein bisschen die Atmosphäre. So, also wir packen das jetzt auf den Hauptkanal. Ich habe euch, glaube ich, erklärt, was ich erklären wollte. Ihr könnt aber auch gerne unten eben noch Let's Play reinschreiben, die ihr quasi haben wollt noch, die ich fertig machen soll. Ihr könnt aber auch gerne einfach, sagen, mach was du willst, ich bin mit allem glücklich. Ich verstehe aber auch, wenn Leute sagen, pass auf, ich habe mich jetzt echt darauf gefreut, mach das bitte zu Ende und ich mache das dann auch. Also, ich habe genug Reue für eine eventuelle Einkürzung dieser insgesamt Let's Play Zeit, um eben mehr Zeit zu haben für Reaction Content und eben auch Content auf dem Hauptkanal, der auch extra Zeit frisst, weil der natürlich dann irgendwie erst mal, ich muss reinkommen, aufwendiger und so. Man muss erst mal überhaupt checken, was man da macht, dann hat man vielleicht ein, zwei Ideen, dann kommen wieder keine, muss man neue machen. Ich will halt nichts versprechen. Ich will vor allen Dingen ein schönes Leben haben und da sind wir beim eigentlichen Punkt, ich will mehr Zeit haben für mich und meine Hobbys und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich hätte voll Bock, dass ihr da meine Reise versteht so, meine Midlife-Reises und einfach Bock habt vielleicht auf die Sachen, die da kommen, um es mir in den Worten von einem guten Freund Andi zu sagen, der das einfach nur irgendwie aus dem Nichts gesagt hat und ich dachte mir, fuck, das ist irgendwie gar nicht so, gar nicht so, also netter Wunsch von jemandem, von einem guten Freund und er wünschte mir einfach nur, dass ich was völlig anderes mache, was alle überrascht als nächstes. Ich glaube, es ging irgendwie so darum, ob man irgendwie halt dasselbe macht, weil es funktioniert oder halt irgendwie einfach irgendwann gelangweilt ist und was riskieren will. Aber gut, ist ein anderes Thema plus, um es auch noch zu sagen, ich mache halt wie gesagt und das habe ich vorhin ja schon so angefangen, ich mache jetzt hier ein Fass auf, als würde ich irgendwie ein mega Ding machen, in Wirklichkeit mache ich gar nichts, komme von dem Urlaub zurück und habe einfach nur gemerkt, okay, ich will das irgendwie anders haben, ich will über die Sachen reflektieren und schreiben, ich will eine Kolumne schreiben, zum Beispiel, ich will das, wie früher schon immer, ich will das irgendwie bebildern, ich will irgendwie mehr machen, als nur, was ich dann am Ende doch gemacht habe, aus Bequemlichkeit, mich hinsetzen und drei Stunden halt Bilder durchklicken und einfach so improvisieren, das mache ich, das kann ich, das geht auch, die Show würde ich auch gerne weitermachen, eine Morningshow, wo soll die dann laufen? Dann läuft die auf Monofficial oder auf dem Hauptkanal. Gleichzeitig kann ich aber auch am Ende von der Morningshow einfach noch mal eine Stunde was reacten, habe ich was für einen React-Kanal, danach, ich bin immer noch auf meiner Twitch in diesem Livestreaming-Fenster, danach werde ich dann einfach irgendwas spielen, worauf ich Bock habe und zwar wirklich, worauf ich einfach Bock habe und nicht, wo ich das Gefühl habe, ah, da muss ich jetzt irgendwas abarbeiten und manchmal werden sich dann, wenn die Sachen durch sind, die Let's Plays, die noch offen sind, werden sich dann Sachen ergeben, wo ich einfach Bock habe, das durchzuspielen. Davon gab es so viele, es ist wirklich 80 Prozent aller Sachen, die ich spiele, da habe ich richtig Bock drauf und bei 20 Prozent ist es sehr so, also ich spiele eigentlich nie was, wo ich keinen Bock drauf habe, sondern immer so, wo man noch vage überlegt, jetzt ärgert es mich, jetzt bin ich frustriert, jetzt habe ich jetzt seit drei Stunden Souls-Like oder so und bin frustriert irgendwie, also irgendwie sowas, das ist ein, ja, also ich reite euch ja auch mit, ich habe euch quasi mit dem Pferd, ihr wollt einfach nur nach Hause, wollt noch kurz ein Video gucken, ja, was vielleicht erklärt ihr, was, oh, wie lange geht das jetzt hier, 20 Minuten fast, oh, Mann, na gut, reicht für einen Nachhauseweg oder kommt ich im Galopp mit einem brennenden Gaul, nehmt euch so am Hacken oder nee, am Rücken hinten, an der Jacke, am Jacken und reite mit euch einfach so, ich muss dir unbedingt was erzählen, pass mal auf, ich mache einen neuen Kanal und der mit drei Kanäle mache ich, nein, warte, ich fange nochmal an und so und dann merke ich irgendwann, das hat nichts gebracht, den habe ich verloren und dann wird der einfach weggeworfen, weil da ist ja in drei Kilometern, steht schon Schild, ist das nächste, ist das nächste Dorf und ich, Sau, kann da durchgetrieben werden, so, jetzt habe ich euch, glaube ich, genug verwirrt, ein letztes Mal die Fakten, drei Kanäle, einer für Let's Plays, einer für Reaction und für anderen Schlüssel, der so ein bisschen dahin passt, ihr wisst schon, was es ist, Streaming, Content, sag ich mal, alles, was irgendwie bearbeitet ist und irgendwie experimentell und vielleicht ein bisschen besonders oder so, einfach, ich will es auch nicht übertreiben, aber alles, wo ein bisschen Arbeit drinsteckt, das kommt dann auf den Hauptkanal und das wird halt vor allen Dingen auch nicht immer Gaming sein. Ich glaube, das sind die wichtigen Sachen, hätte man auch in 30 Sekunden erledigen können, aber ich bin einfach ein Kind der 90er, bei mir braucht der Aufbau einer Geschichte halt auch noch ein bisschen Zeit, was übrigens jetzt an der Stelle noch mal ganz kurz eine gute Werbung ist für zwei Sachen. Im Oktober kommt mein Buch raus. Ich sage das einfach, um es in die Wirklichkeit zu prophezeien, projizieren, zu manifestieren. Das stimmt auf jeden Fall. Ich will es manifestieren, indem ich es einfach so oft sage, dass es gar keine andere Wahl hat, als zu passieren. Und an dem Punkt bin ich und tatsächlich funktioniert das auch so. Live-Pro-Tipp eigentlich ganz gut, wenn man sich das so ein bisschen es ist nicht fake it till you make it. Es ist wirklich eher make it einfach. Make it einfach. Halt die Fresse, make it einfach, weil wenn du es lange genug machst, es ist wirklich, wenn du es baust, werden sie kommen. Es ist wirklich so einfach. Was ich damit meine ist, wenn man halt Bock auf was hat, soll man es machen und dann soll man sich zwingen, es zu machen und nicht immer irgendwie versuchen, ja, naja, Ausflüchte zu finden und so. Das ist natürlich auch leicht gesagt für privilegiert wie mich in dem Fall, aber ich versuche zumindest, ich habe mir gesagt, schreiben oder Sport und stellt sich raus, ich bin so faul, dass ich lieber sitze und schreibe als Sport machen. Und das hat aber funktioniert. Und wichtig ist nur, dass man es wirklich auch sich selbst verspricht und beibehält, dieses, diese Regel, dass man Regeln mit sich selbst absteckt und die dann auch beibehält. Und in diesem Fall habe ich dann immer geschrieben und habe geschrieben, 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 habe dann irgendwie gemerkt, oh, du wirst ja auch besser. Dann habe ich das irgendwann korrigiert, habe gemerkt, oh, das ist ja, also in meiner Welt, ich sage jetzt nicht, für euch wäre das so. Also mein Zeug für euch vielleicht ganz anders. Ihr denkt, ich weiß nicht, was will ich damit sagen. Aber für mich ist es so, boah, geil, ich habe Text geschrieben, ich habe alleine Text geschrieben. Es ist wirklich so, ich habe Feuer gemacht mäßig. Ich habe Feuer gemacht. Nee, ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Das wäre jetzt so ein Einspieler a la Tom Cruise. Naja, was wollte ich sagen? Nicht Tom Cruise, ne? Tom Hanks natürlich. Und Eduard Laser to go, a.k.a. Tano, der das jetzt gerade vielleicht schneidet, denkt sich, hat schon die falsche Minimats rausgesucht. Hä? Tom Cruise? Und jetzt, wo ich es so erwähne, muss er extra eine von Tom Cruise suchen. Nachrichten aus South Park. Tom Cruise und John Travolta wollen immer noch nicht aus dem Schrank rauskommen. Die Polizei von Park County versucht jetzt eine neue Methode. Ich habe mich auf jeden Fall schon trocken gelabert. Also, ich fühle mich so, als hätte ich irgendwie mich verbessert in dem, was ich da machen will. Dieses Hobby, wie beim Muskelaufbau. Am Anfang geht es schnell. Und so ähnlich fühlt es sich an. Und das ist echt eine schöne Sache. Und jetzt will ich dieses Buch zu Ende schreiben, bis Oktober. Ich habe Bock, das einfach dann nicht in Schlussstrich zu ziehen, sondern mich selbst mit diesem Termin unter Druck zu setzen. Und habe mir auch gesagt, wenn ich keine Verlage finde, wenn ich das irgendwie eigentlich dachte, ich muss eh alle Rechte abgeben, also wollte ich das nie. Aber jetzt habe ich gelernt, dass es auch da noch Varianz gibt und man nochmal diskutieren kann über bestimmte Rechte. Und ich will ja auch nicht alles. Ich will nur bestimmte Sachen haben. Und deswegen überlege ich es noch, bin noch am gucken, könnte sich auch verschieben dadurch, wenn jetzt Rowold zum Beispiel sagt, ey, ja, aber bist du bescheuert, nicht Oktober. Viel zu früh. Schaffen wir nicht. Schaffst du nicht. Schafft der Lektor nicht, die Lektorin. Keine Ahnung, kann ja sein. Sehr gut sogar. Und naja, in diesem Fall würde ich dann halt das noch verschieben. Aber ich setze mich unter Druck, dass wenn ich niemanden finde, der irgendwie Ja sagt, dann kommt das im Oktober, dann wird das gedruckt, gemacht und ich habe auch super viele Ideen für Marketing, super viele Ideen, also Marketing in dem Sinne, dass ich das drumherum, einfach der ganze Monat soll in diesem Motto von Gruselgeschichten, Horrors, Splatter, Top 5 Listen, welchen Horrorfilm magst du gut, so. Also genau die Sachen, die ich vorhin gesagt habe, soll das so ein bisschen alles in diesem Monat zusammenfassen, den Schocktober, ne. Auch wenn ihr den Namen vielleicht blöd findet, ich persönlich finde den voll okay und voll passend und ich bin froh, dass ich was habe, was so ein bisschen das zusammenfasst unter einem Motto. Das ist immer im Horrorbereich, also klar, der ist eben ein populärer Bereich, aber ich finde es ein bisschen schwierig, da so ein Motto zu finden und in dem Fall auch noch einen Monat, am 29. kommt dann ja glaube ich Life is Strange raus, das werde ich natürlich auch komplett spielen, also ich werde aber auch alles vorher schon nachher spielen, ich werde natürlich auch euch Geschichten vorlesen aus meinem Buch, ich werde vielleicht auf eine Lesereise gehen durch, ist eigentlich schon angeplant, vielleicht auch nicht, aber es könnte schon gut sein, dass das eine Lesereise wird durch Hamburg, Köln, Berlin, immer die Experience, die ihr ja vielleicht kennt und das soll dann so ein Event werden, wo auch überall von mir kuratierte Horrorspiele sind und alles, also so die Idee, es könnte richtig cool werden und dann lese ich da ein paar Geschichten vor und das Buch wird verkauft und so weiter, aber ihr könnt es ja auch vorher schon bestellen, ihr könnt auch den Patreon, gut, dass ich den noch erwähne, den Patreon beitreten, patreon.com slash Boese, Boese, es rollt förmlich von der Zunge, böse und ja, da schreibe ich dann immer über das Schreiben, es ist echt, am Anfang habe ich alles zugekackt mit, sind 60 Post oder so, jetzt die letzten ein, zwei Tage war ich eben hier, konnte nicht, hat mir richtig wehgetan, weil ich das schon voll so brauche, fast schon dieses einseitige Kommunizieren mit, wo diese Gedanken beim Schreiben, die einem kommen, die kann ich dann so ablegen und jetzt bin ich, jetzt wirklich kommt alles nochmal zusammen, nach 25 Minuten und zwar, dass ich jetzt irgendwie alles zusammenbringen kann, während ich irgendwie schreibe und fixiert bin auf einem Hauptding, will mein Gehirn ständig woanders hinspringen und das kann ich ableiten in produktive Sachen, wie eben, was gerade erwähnt wurde, aber auch zum Beispiel Videos, Ideen, wo lustiger Kram gesammelt wird, blöde Spinnereien, die mir einfach so schnell kommen und die kann ich dann sammeln und dann mache ich daraus irgendeine Show, also Show, irgendwas Kleines und das ist dann irgendwas, irgendwas, was für sich stehen kann, vielleicht hat man auch irgendwo eine Idee, die für eine Stunde trägt oder so oder für eine halbe oder ich mache so diese DayZ-Geschichte, irgendwas rückblickend nochmal neu bewerten, kommentieren oder auch, was ich ja gut finde, den ich ja echt feiere, let's game it out, der nimmt ja immer Spiele und wirklich zerbricht die von innen heraus, aber das ist halt alles so groß und aufwendig, dass ich das nicht versprechen will, aber so Sachen, also wenn ihr mal zum Beispiel was seht, was es im Netz gibt, da kommen wir zu den Gamefights und Filmfights von vorhin zurück, dann schreibt doch gerne mal einen Kommentar, wie ihr das seht, welche Sachen ihr gut findet, welche ich mir angucken soll, ich kenne nicht viel so, weil ich einfach nicht so viel in Videoform konsumiere, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil das frisst so viel Zeit und da ich fast immer noch mein Handy habe, habe ich einfach nur die Möglichkeit, Video zu gucken oder Reddit zu lesen und parallel Podcasts zu hören und dadurch mache ich natürlich mehr Content auf einmal, ist ja natürlich viel besser, weiß ja jedes Kind, deswegen gibt es ja überhaupt, sonst hätten wir ja keine Smartphones und keine Fernseher, mit denen wir Smartphones parallel gucken können, so, so ein Rant zum Beispiel, wo würde der hinkommen? Mittlerweile haben wir alle gelernt, der würde natürlich zum Montor kommen, aber wenn ich jetzt irgendwie auch die Doku, die Penny-Doku gucke oder irgendwas gegen Wild, irgendwas gegen Wild, ah, das wäre doch auch mal gut, Seven vs. Wild, du hast ein Wild, so ein Reh, dann hast du so sieben sehr dünne, müssen sehr dünne, sehr schwache Leute in den Kinder vielleicht und die müssen das erwürgen und wir haben eine Insel und eine Woche Zeit und ich hoffe, ich bin natürlich auf der Seite des Hirsches, also wenn du dir so einen kanadischen Hirsch anguckst, da hat keiner, also da haben selbst, ich würde sagen, da haben selbst sieben Basketballspieler aus der NBA haben keine Chance gegen so einen riesigen, furchtbaren, alles zermalmenden Kanada-Hirsch, guckt die euch mal an mit dem Mega-Geweih, Alter, da kommt einfach ein Frachter auf dich zu. Naja, anderes Thema, ähm, wo war ich? Ja, Talks und Reacts und so Geschichten würden dann halt auch auf den Montauk kommen. Wenn ich jetzt aber mein Pad nehme, Let's Play ist es plötzlich, aber jetzt nicht mehr, jetzt ist das Pad weg, kein Let's Play, hör wieder Let's Play, kein Let's Play mehr, wieder, nein, Fake, Fake Out, ihr müsst schon besser aufpassen. So, es wird alles abgefragt, in den Kommentaren werde ich euch nochmal abfragen, wie viele Kanäle gibt es nochmal genau, waren es nicht vier, nee, es waren zwei, oder? Na, gucken wir mal. Und was kommt bei welchem? Am wenigsten könnt ihr es wahrscheinlich nach dieser Erklärung über den Hauptkanal sagen. und das liegt daran, weil ich es auch nicht weiß und das macht es so spannend und deswegen habe ich so Bock drauf und wenn das nicht klappt, ist das okay, mein Leben geht weiter und es wird noch, andere Plattformen haben auch schöne Kanäle. Nein, ich will ja eigentlich schon bei YouTube und Twitch bleiben, ich meine nur, dass andere Themen auch funktionieren. Gerade bei YouTube ist es doch egal, machst du heute das, bin ich morgen Baggerfahrer, Tester und übermorgen mache ich nur noch Simulatoren und dann bin ich, aber habe ich ein Spiel gelernt und dann bin ich der Profi für dieses eine Spiel für zwei Jahre Hardcore und dann ist das Spiel out und dann bin ich Rennfahrer, bin ich plötzlich Rennfahrer und dann ist aber Rennfahren auch uncool, weil das einfach auch blöd ist, sagen wir mal ehrlich und dann spiele ich Dark Souls mit zwei Lenkrädern, mit zwei, ein, eins haben sie alle gemacht, ich habe zwei und was können wir noch machen? Ja, die anderen Sachen, das waren schon alles viele gute Ideen, verdammt, ich sollte die nicht alle so raushauen. Die nächsten Sachen, oh, 30 Minuten, genau, es wird gut, es wird genau drunter. Die nächsten Sachen, die ich jetzt sagen wollen würde, sage ich nicht, weil die werde ich dann wirklich machen. Ja, hoffe, ich habe ein bisschen was aufklären können und ein paar neue Fragen aufwerfen können, das war mein Plan und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Leben. Ich hoffe, auch wenn das das allerletzte ist, was ihr seht, wenn du nicht, das wird für dich das letzte sein gleich, wenn es das letzte ist, was ihr seht, es war es wert. Gut, dass ihr dieses Video anguckt habt, ich hoffe, es gibt euch was mit. Im Zweifel habt ihr vielleicht jetzt den Bus verpasst, der die Klippe runtergefahren wäre. Also habe ich euch de facto das Leben gerettet. Hier wäre jetzt noch Platz für eine Minimatz. Da gibt es ein schönes See, wo dann, glaube ich, 20, 30 Sekunden lang einfach einsam am Wasser steht. Oh Gott, wie kriegen wir dieses Kart jetzt da raus? Ich weiß nicht. Nicht alle auf einmal. Okay, bis dann. Hab euch lieb und denkt ans Abonnieren, kommentieren und den Abo-Knopf massakrieren. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so ein Sitzen, das ist ja Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich hab Stuhl, ich zum Sitzen da! Ich hab Stuhl glatt.